Nach ihr liebe Trommel, das ist unser Deutschspruch. Grüß euch, ich bin Edith, Urton Trommelbaummeisterin und Trommlerin aus Leidenschaft. Und jetzt sage ich, mit einfachen Rhythmen, hier mehr Klassenheit, Entspannung, Lebensfreude, Erlangenkennens. Und heute möchte ich euch gerne einen schönen Rhythmus vorspielen, und zwar einen aktivierenden Rhythmus. Es ist wie im Leben, wir leben in einer dualen Welt und es gibt auch beim Trommeln das männliche und das weibliche Prinzip. Und es gibt Rhythmen, die uns einfach aktivieren, die uns fröhlich machen, die uns zum Mittanzen anregen und es gibt Rhythmen, die uns einfach entspannen, die uns einfach zur Meditation unterstützen. Und heute, weil es einfach so ein schöner Tag ist, möchte ich euch gerne einen Sonnenrhythmus vorspielen. Es ist ein sehr aktivierender, aufhellender Rhythmus. Das ist ein sehr aktivierender, aufhellender Rhythmus. Das ist ein sehr aktivierender Rhythmus. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr über das Trommeln wissen wollt, dann schaut bitte auf meine Homepage www.die-prommelerin.at. Da findet ihr jetzt wirklich ganz viel Info drüber. Und wenn ihr mir einen Kommentar hinterlassen wollt, wenn ihr mir was schreiben wollt, bitte einfach gleich drunter schreiben. Und ich werde euch gerne im nächsten Video mal genau das Gegenteil vordrommeln. Ein Rhythmus, der entspannend wirkt, der einfach das weibliche Prinzip fördert. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen sommerlichen Tag. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video sehen. Wir sehen uns. Tschüss euch. Alles Gute. Tschüss euch euch an.